Freakalt! Okay, ja hinter uns seht ihr es wahrscheinlich schon, wir stehen jetzt vor der GC, wir haben jetzt noch, keine Ahnung, ein paar Stunden, um uns den ersten Eindruck zu machen. Im Gegensatz zu unserer Kamera hat Yoshi echt, wir haben schon große Dinger hier gesehen, aber schön hier zu sein mal wieder. Um die kleinen Sachen zu kompensieren. Das hier ist übrigens die Stelle, wo wir das letzte Mal gefotobombt wurden. Das Bild können wir bestimmt noch mal zeigen. Ich habe nichts mehr zu sagen, wir haben alles gesagt. Dann starten wir mal da rein. Jo, ich stehe hier vor dem geilsten Stand der ganzen GC. Das Spiel, worauf wir alle gewartet haben, Landwirtschaftssimulator, irgendwas. Und wenn wir hier sehen, sehen wir schon einige Leute richtig gespannt dieses Spiel spielen. Ich frage den Typen jetzt mal, was er davon hält. Ah ja, hast du kurz Zeit? Ich will dir nur kurz eine Frage stellen. Okay. Hast du vorher schon mal irgendein Landwirtschaftssimulator gespielt? Ja, vorher war ein Flughafenfall-Simulator. Und ja, was macht diese Spiele so gut? Also warum spielt man die? Spiel ist einfach nur zum Spaß. Danke für deine Zeit. Jo, und hier sehen wir, es kann auch mal Spaß machen, keine Leute abzuschnetzeln oder Rennen zu spielen, sondern einfach mal die Hacke und den Traktor in die Hand zu nehmen und das Feld um zu pflügen. Und dabei zurück ins Studio. So, willkommen auf der GC ProShooter Action. Und jetzt werden wir ein paar Leute abschießen mit fetten After Effects-Effekten. Boah, Benji, kannst du mal umfallen? Warte, komm. Los, eins, zwei und... Und jetzt auch einer von euch hier. Hallo bei BroTV. Wir haben auf der Bank eine Comic gefunden. Spektakuläre World of Warcraft Comics. Die werden wir jetzt live vorlesen. So. Ja, das sieht ja schick aus. Da seid ihr ja. Habt ihr meine Rufe nicht gehört? Zwei Meilen gestrübt hab ich hinter mir. Und ihr habt nicht mal ge... Ruhig, Kalan. Wir sind da. Nicht nass? Ziemlich heruntergekommen. Riewel, still wie wäre Raza. Die Sichel von Blau ist gefunden. Unser Herr, der Herr von allen. Wird sie holen, bereitet die Nerven. Loyalität wird belohnt. Da. Direkt vor meiner Nase. Riewel. Riewel. Eure Faszination mit dieser Wesen. In allen Herren. Aber wir sollten uns wirklich nicht auf eine unauffällige Position zurückziehen. Riewel. Das finde ich... Nein, ein neuer. Das macht Benji. Okay, ich mach den neuen. Meine Herren, ich bin Ambros von der Nachtwache. Und dies ist einer der gefährlichsten Orte von ganz Dämmerwald. Ihr wart sehr unvorsichtig. Verzeiht. Ich habe mich erschreckt. Wenn ihr so schreckhaft seid, solltet ihr vielleicht nicht in diesen Wald herumschleichen. Ich bin das nicht. Auch ich. Fällt kein hartes Urteil über ihn. Er wandelt nicht im Licht, so wie ich. Aber er mühlt sich. Woher kennt ihr eure... Woher nehmt ihr euren Mut, Jäger? Ja, das war's auch schon. Und deshalb ist WoW richtig geil. Ey, ich war gar nicht mehr so schön. Deshalb ist WoW richtig geil. Dieses Comic war echt spannend und wir haben richtig gezittert vor Spannung. Ihr Locker auch. Ja. Weiter geht's in WoW Dunkle Reiter Comic Band 1. Also, falls euch das überzeugt hat, kauft euch das. Also, alle Dialoge und so werden so krass sein. Wie da und auch genauso. Was möchtest du? Was sagen? Jetzt kommt Scheiße. Du hast gefloppt. Achso, ja. Wer möchte gar nichts sagen? Dann klinken wir uns auch wieder aus. Aber das... Auf jeden Fall... Bestellt euch das WoW Dunkle Reiter Comic Band. Das klingt sehr, sehr spannend. Und wir haben auch Bock da drauf. Wir werden das auf jeden Fall bestellen. Nein. Benjo sagt noch nein, ne? Aber er hat auch Bock da drauf. Er möchte halt keine Werbung machen. Ja. Wollen wir ja nicht. Deshalb... Tschüss. So, jetzt sind wir beim zweitbesten Stand der GC. Dem Bausimulator 2014. Wo wir auch einige interessierte Menschen sehen. Von denen habe ich jetzt ein bisschen Angst. Deswegen interviewe ich den nicht. Aber... Ja. Respekt, wer da spielt. Was ist das? 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 Ja, normal. Ja, wir sind die ganze Zeit da. Lassen wir einfach an jedem Stand einen Becher abgreifen. Ich kann einfach so machen. Ich bin auch längst wieder an. Weiter. Mal. Ja, eigentlich geht's. Abonniert durch. In der nächsten Zeit. Und in der nächsten Zeit. Oder auf Dein Haas. Was ist das? Gapescom-Fighting-Area Das sind unsere Homies, die Militär-Homies. Ja, Mann. Wer weiß das schon? Wenn du plötzlich Schatten hast. 12. So bin ich glaube ich doch nicht. Ich weiß, Joschus ist ab und zu langsam, ab und zu zu dumm, ab und zu zu lustig, auch erstaunt. Okay, wir haben den, wie heißt das? World of Warcraft irgendwas Band gefunden und wollen jetzt natürlich die Geschichte-Port führen. Schreibt uns in den Kommentaren, wenn ihr wollt, dass wir das ganze Buch vorlesen. Dann machen wir das natürlich. Klar doch. Alles dabei. Kann man eine ganze Serie draus machen? Was? Oh krass. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Das stimmt einfach. Das heißt also, Behalte, ganz ehrlich. Bam. Schmeckt lecker. Ja! So, jetzt am 28.10 Kai auf Tour mit seiner Swagalicious Crew. Ja! Du einst, du einst, du einst, du einst!